Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal schauen wir uns die Terminplanung mit der Netzplantechnik an. Und zwar haben wir hier einen hypothetischen Auftrag gegeben, die Errichtung einer Lagerhalle. Und was wir hier schon quasi uns überlegt haben, ist einen Ablaufplan des Projekts mit verschiedenen Aktivitäten, zum Beispiel Aushubarbeiten, Fundament, Teile beschaffen und so weiter bis zur Abnahme. Für jede dieser Aktivitäten haben wir schon eine geschätzte Dauer. Und wir haben uns auch schon überlegt, was denn jeweilige Vorgänger und Nachfolger sind. Also zum Beispiel das Fundament kann erst gemacht werden, wenn der Vorgänger 1 fertig ist, nämlich die Aushubarbeiten. Und umgekehrt ist die 2 der Nachfolger von der 1. Und genau so haben wir dann alle restlichen Aktivitäten auch schon definiert. Zum Beispiel das Gerüststellen, die Nummer 4, kann erst passieren, wenn sowohl 2 als auch 3 abgeschlossen sind. Also Fundament und Teile beschaffen. Genau. Das ist jetzt schon, das ist im Prinzip jetzt auch schon ziemlich übersichtlich. Aber es kann sich lohnen, das Ganze nochmal als sogenannten Netzplan quasi zu visualisieren, damit wir noch mehr Informationen rausziehen können. Und wir werden diese Liste jetzt zweimal abarbeiten im Netzplan. Einmal in der Vorwärtsterminierung, einmal in der Rückwärtsterminierung. Bei der Vorwärtsterminierung erkennen wir die Durchlaufzeit, also wie lange das Projekt dauern soll. Und bei der Rückwärtsterminierung können wir dann sehen, bei welchen Vorgängen wir Puffer haben, um eventuelle Verspätungen aufzufangen. Kurze Erklärung noch zur Darstellung. Jeder Vorgang, jede Tätigkeit wird hier mit so einer Minitabelle abgebildet sein, wo alle wichtigen Informationen drinstehen. Also wir haben links oben FAZ, das ist der frühestmögliche Anfangszeitpunkt, also wann der Vorgang frühestens beginnen kann. Dann in der Mitte des D steht für Dauer, wie lange der Vorgang dauert. Und der frühestmögliche Endzeitpunkt ergibt sich ganz automatisch aus FAZ plus D. Das ist dann nämlich der frühestmögliche Endzeitpunkt FEZ. Der SAZ ist dann der spätestmögliche Anfangszeitpunkt, wann also dieser Vorgang spätestens beginnen kann. Daraus ergibt sich dann auch der spätestmögliche Endzeitpunkt, wann der Vorgang spätestens enden sollte. Also spätestmögliche Anfangszeit plus die Dauer. Und in der Mitte steht P für Puffer. Puffer ist eben, wenn es eine Differenz gibt, die Differenz zwischen spätestmöglichen Anfangs- und frühestmöglichen Anfangszeitpunkt. Oder auch Bezug auf Endzeitpunkt ist egal, kommt immer das Gleiche raus. Wenn wir also hier Puffer haben, dann würde das da drin stehen. Und in der Mitte haben wir natürlich die Nummer des Vorgangs. Genau, und dann können wir jetzt eigentlich schon mal loslegen mit der Vorwärtsterminierung. Die 0 und die 1 habe ich jetzt schon mal hier aufgemalt. Die 0 fängt natürlich in frühestmöglichen Anfangszeitpunkt 0 an, hat eine Dauer von 0 und einen Endzeitpunkt von 0. Es ist der Start, es ist kein eigentlicher Vorgang, es ist einfach nur, damit wir die Pfeile irgendwo starten lassen können. So, der Vorgang 1 heißt Aushubarbeiten, haben wir hier mit der 1 betitelt, fängt dann dementsprechend in 0 an, hat eine Dauer von 3, das haben wir hier gegeben, haben wir übertragen hier hin. Und das bedeutet, der frühestmögliche Endzeitpunkt ist auch die 3. Also von 0 drei Tage vergehen lassen, dann sind wir bei der 3. Und nach diesem Prinzip gehen wir jetzt quasi alle Vorgänge durch und planen Anfangszeitpunkt, frühestmöglichen Anfangszeitpunkt, Dauer und frühestmöglichen Endzeitpunkt, bis wir beim Ende ankommen. Die Nummer 2 war das Fundament, folgt auf die 1, deswegen der Pfeil, direkt von der 1 auf die 2. Der frühestmögliche Anfangszeitpunkt ist die 3, denn die 3 war auch der frühestmögliche Endzeitpunkt von dem Vorgängervorgang. Und daraus ergibt sich dann hier der FAZ. Die Dauer war gegeben als 4, deswegen steht hier 4 und der frühestmögliche Endzeitpunkt, der sich daraus ergibt, ist dann die 7. Gehen wir weiter zum dritten Vorgang. Der dritte Vorgang folgt auf den Start, denn er hat keinen Vorgänger. Teile beschaffen, braucht also keinen Vorgänger, folgt also auf den Start, deswegen der Pfeil direkt von der 0 zu der Nummer 3. Die Dauer ist gegeben als 9, das heißt der frühestmögliche Endzeitpunkt hierfür wäre 9. Vorgang 4 ist Gerüststellen, das hängt ab von der 2 und der 3, deswegen sind hier Pfeile von der 3 zu 4 und auch von der 2 zu 4. Der frühestmögliche Anfangszeitpunkt hängt natürlich von beiden ab. Wir haben hier bei der 2 haben wir den Zeitpunkt 7 gegeben und bei der 3 haben wir den Zeitpunkt 9 gegeben. Das heißt, wenn beides fertig sein muss und das eine später fertig ist, frühestens, dann ist natürlich für den Folgevorgang, die Nummer 4, die 9, der frühestmögliche Anfangszeitpunkt. Hat eine Dauer von 4, hat also einen frühestmöglichen Endzeitpunkt von 13. Nummer 5, Setzen der Wende, folgt auf die 4, hat also den gleichen Anfangszeitpunkt, wie die 4 den Endzeitpunkt hatte. Hat eine Dauer von 1, hat also einen Endzeitpunkt von 14, frühestens. Die Nummer 6, Dachsetzen, folgt auf die 5, also auch da der Pfeil von der 5 auf die 6. Frühestmöglicher Anfangszeitpunkt ist gegeben durch den frühestmöglichen Endzeitpunkt des Vorgängers. Dauer ist 1, das heißt, der frühestmögliche Endzeitpunkt hier wäre die 15. Dann haben wir Vorgang Nummer 7, das ist die Installation Sanitär, folgt auf die 6, deswegen der Pfeil von der 6 auf die 7. Dauer ist 1, das heißt, ausgehend von dem frühestmöglichen Anfangszeitpunkt 15, hätten wir dann den frühestmöglichen Endzeitpunkt 16. Die 8 folgt auf die 7, Montageheizkörper, das heißt, der frühestmögliche Endzeitpunkt, der hier mit 16 gegeben war, ist hier der frühestmögliche Anfangszeitpunkt. Dauer ist 4, das heißt, frühestens sind wir in Zeitpunkt 20 fertig mit der 8. Die Nummer 9, Legen der Elektroleitungen, hat den Vorgänger 6, deswegen habe ich es hier so ein bisschen erweitert und es geht ein zweiter Pfeil von der 6 dann auf die 9. Dauer ist, frühestmöglicher Anfangszeitpunkt ist durch die 6 definiert, hier durch die 15, haben wir dann auch hier als Anfangszeitpunkt 15. Dauer ist 2, das heißt, frühestens sind wir mit den Elektroleitungen in 17 fertig. Nummer 10, Montage der Leuchtkörper, hängt ab von der 9, kann frühestens in 17 beginnen, weil frühestens in 17 die Nummer 9 fertig war. Dauer ist 2, deswegen sind wir hier mit den Leuchtkörpern frühestens in 19 fertig. Nummer 11, Legen der Fußböden, hängt ab von der 7, deswegen der Pfeil von der 7 zur 11. Die 7 war frühestens in 16 fertig, das heißt, die 11 beginnt frühestens in 16, hat eine Dauer von 5, ist also frühestens in 21 fertig. Dann, der letzte Vorgang ist die Abnahme, folgt auf die 8, 10 und die 11. Also da drei Pfeile auf die 12, hat eine Dauer von 2. Jetzt müssen wir gucken, die 8 hatte einen frühestmöglichen Endzeitpunkt von 20, die 10 war frühestens in 19 fertig und die 11 ist frühestens in 21 fertig. Das heißt, frühestens kann die Abnahme in Zeitpunkt 21 beginnen, hat eine Dauer von 2, dann wären wir also insgesamt bei einem frühestmöglichen Endzeitpunkt von 23. Insgesamt haben wir jetzt also schon mal herausgefunden, die Durchlaufzeit des Auftrags ist 22 Tage, von 0 bis 23. So, auf der Basis können wir jetzt anfangen, rückwärts zu terminieren. Wir gehen einfach so vor, dass wir ausgehend vom frühestmöglichen Endzeitpunkt rückwärts planen über den spätestmöglichen Endzeitpunkt. Das machen wir einfach so, dass wir den spätestmöglichen Endzeitpunkt hier setzen, dann erkennen wir anhand einer möglichen Diskrepanz zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt, ob es einen Puffer gibt. Ist bei der 12 natürlich nicht der Fall. Und mit der Dauer haben wir dann den spätestmöglichen Anfangszeitpunkt definiert. Und das gehen wir jetzt einfach rückwärts durch in der numerischen Reihenfolge. Das heißt, als nächstes gucken wir uns die 11 an. Die 11 kann spätestens in 21 enden, weil das ist der späteste Anfangszeitpunkt für den Folgevorgang. Deswegen haben wir das hier so übernommen. Stimmt überein mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt, also kein Puffer. Gehen wir 5 zurück, dann haben wir hier den spätestmöglichen Anfangszeitpunkt von 16. Gehen wir zu Vorgang 10. Vorgang 10 wird gefolgt von der 12. Das heißt, der spätestmögliche Anfangszeitpunkt da ist dann auch hier der spätestmögliche Endzeitpunkt. Und da sehen wir jetzt zum ersten Mal eine Diskrepanz zu dem frühestmöglichen Endzeitpunkt. Der ist nämlich als 19 gegeben. Das heißt, wir haben hier einen Puffer von 2, den wir auch beim spätestmöglichen Anfangszeitpunkt erkennen. Denn auch da muss der Puffer von 2 sichtbar sein. Vorgang 9 wird gefolgt von der 10. Das heißt, wir übertragen hier den spätestmöglichen Beginn hier hin. Das ist dann das spätestmögliche Ende. Auch hier sehen wir einen Puffer in Höhe von 2 im Gegensatz zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Und dann haben wir einen spätestmöglichen Anfangszeitpunkt von 17. Vorgang Nummer 8 wird gefolgt von der 12. Das heißt, wir beziehen uns wieder da drauf. Da war der späteste Beginn, die 21. Das heißt, das späteste Ende hier ist auch die 21. Im Vergleich zum frühestmöglichen Ende sehen wir eine Diskrepanz von 1. Also ist hier wieder Puffer 1. Und wir erhalten auch einen spätestmöglichen Beginn von 17. Vorgang Nummer 7 bezieht sich direkt da drauf. Wobei, da sehen wir jetzt zum ersten Mal eine Besonderheit. Wenn nämlich ein Vorgang von mehreren gefolgt wird, müssen wir ein bisschen überlegen. Also wir sehen, die Nummer 7 wird gefolgt von der 8, aber auch von der Nummer 11. Der spätestmögliche Anfangszeitpunkt von der 11 war die 16. Von der Nummer 8, der spätestmögliche Anfangszeitpunkt war die 17. Und dann müssen wir natürlich für die 7 als spätestmöglichen Endzeitpunkt die 16 eintragen, weil das der frühere Zeitpunkt ist. So, und das bedeutet, hier haben wir einen Puffer von 0 im Vergleich zu den frühestmöglichen Zeitpunkten und dementsprechend einen spätestmöglichen Anfangszeitpunkt von 15. Gehen wir rüber zum Vorgang Nummer 6. Der Vorgang Nummer 6 wird gefolgt von der 9 und von der 7. Bei der 9 hatten wir einen spätestmöglichen Beginn von 17. Bei Vorgang Nummer 7 hatten wir, dass es spätestens in 15 beginnen kann. Dann nehmen wir den früheren Zeitpunkt hier als spätestmöglichen Endzeitpunkt. Dann sehen wir im Vergleich, dass hier kein Puffer da ist und dann ein spätestmöglicher Anfangszeitpunkt von 14. Vorgang Nummer 5, das ist jetzt wieder einfach, der wird direkt gefolgt von der 6. Also übertragen wir hier den spätestmöglichen Beginn als spätestmögliches Ende. Und wir sehen im Vergleich zum frühestmöglichen Ende keinen Puffer. Und dann ist hier der spätestmögliche Beginn auch 13. Vorgang Nummer 4 hat auch direkt damit zu tun. Also spätestmöglicher Anfang von der 5 ist das spätestmögliche Ende der 4. Kein Puffer gegeben. Und dann haben wir als SAZ eben die 9. Vorgang Nummer 3 hängt direkt von der 4 ab. Also übertragen wir hier diese 9 als spätestmögliches Ende der 3. Auch hier kein Puffer. Und der spätestmögliche Anfangszeitpunkt ist der Zeitpunkt 0. Vorgang Nummer 2 wird direkt gefolgt von der 4. Das heißt, das spätestmögliche Anfang hier ist das spätestmögliche Ende hier. Da sehen wir im Vergleich zum frühestmöglichen Ende einen Puffer in Höhe von 2. Und der spätestmögliche Beginn ist 5. Gehen wir zum ersten Vorgang. Die Nummer 1 wird direkt gefolgt von der 2. Das heißt, diese 5 hier übertragen wir hier hin. Und auch da sehen wir im Vergleich zu dem frühestmöglichen Ende einen Puffer in Höhe von 2. Und einen spätestmöglichen Anfang von 2. Jetzt sind wir wieder beim Anfang angekommen. Und die 0, der Start, können wir genauso deklinieren. Der wird gefolgt von der 1 und der 3. Die 1 beginnt spätestens in 2. Und die 3 beginnt spätestens in 0. Das heißt, das späteste Ende von der 0 sollte in 0 sein. Und dann sehen wir, ergibt sich da ein Puffer von 0 und ein spätestmöglicher Anfangszeitpunkt von 0. So, jetzt haben wir alles komplett nochmal rückwärts dekliniert. Und sehen, bei welchen Vorgängen jeweils Puffer vorhanden wäre. Also überall, wo nicht P0 steht. Und dann können wir den sogenannten kritischen Pfad bestimmen. Alle Vorgänge, die wir nicht verzögern können, ohne dass sich die Gesamtlaufzeit des Projekts verlängert, werden dabei als kritisch benannt. Ich habe es jetzt mal rot hinterlegt. Also alle Vorgänge, die keinen eingebauten Puffer haben, also da, wo P0 steht, die sind kritisch. Denn wenn es da zu irgendeiner Verzögerung kommt, verlängert sich automatisch die gesamte Laufzeit des Projekts. Und deswegen, bei der Projektplanung und Durchführung wären das die kritischen Vorgänge, auf die man besonders achten muss. Und der Pfad entlang dieser kritischen Vorgänge wird dann also als kritischer Pfad benannt. Also von der 0 zur 3, zur 4, zur 5, zur 6, 7, 11 und dann 12. Das wäre der kritische Pfad. Dann wollte ich noch ein Wort dazu sagen. Sie müssen natürlich, das muss man natürlich nicht jedes Mal so händisch darstellen. Besonders wenn Sie ein sehr komplexes Projekt haben oder ein Projekt, und oder ein Projekt, das sehr feingliedrig geplant ist, ist es natürlich unmöglich, sowas per Hand anzulegen und vor allem anzupassen, sobald Änderungen auftreten. Ein ganz tolles Tool, um sowas zu machen, ist MS Project. Das ist im Endeffekt ein kompliziertes Excel-Sheet, das direkt für Projektmanagement angepasst ist. Und da könnten Sie diese Vorgänge dann alle schon eintragen und Änderungen würden dann im ganzen Projekt aktualisiert eingetragen. Aber das in einem anderen Video. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.